Guten Tag, ihr sprecht wieder euer Peter Gaming Jetzt müssen wir immer noch gegen die 2 kämpfen Das ist so abnormal So viel Kampf gegen die 2 Weil die gleich zusammen kämpfen Das ist halt das Einblicken Ich will die 2 jetzt endlich besiegen, nein Dass wir endlich die Siege haben, nein Oh Mann, kommt doch Wir beide, nein Es ist jetzt wichtig, dass wir hier gewinnen, denn Das war mir eigentlich fast klar, Leute Das ist jetzt weh und ich besiege, das ist problematisch, wie es hier in dem Spiel ist Oh, den einer hämmer fast Wenn wir den einen jetzt wegkriegen Dann ist es nicht mehr so Hardcore Bis wir den wegkriegen Das ist natürlich wichtig, einmal drauf gehen Das ist natürlich wichtig, einmal drauf gehen Bis zum nächsten Mal Oh, I like this, ne? Mann, wenn man gegen den zu gewinnen, das wäre halt das Gute, wenn man gegen den gewinnen könnte, dann hätten wir endlich einen Weg, oh manch. Aber das ist halt immer so, gegen zwei zu kämpfen, ist halt schwer wie gegen einen. Ohhhh! Oh man, die nerven mich jetzt so extrem. Mann, das ist so nervig grad, Leute. Oh ne, Mann, mein Zahn, wassit? Ja? Oh ne, Mann, mein Zahn, wassit. Das war's für heute. Endlich Denheimer Fass, Leute! So, den Ersten haben wir endlich! So, den Ersten! So Leute, den Ersten haben wir jetzt endlich, es ist saugut, dass wir den Ersten jetzt endlich haben. Den können wir jetzt noch auf den Letzten vorbereiten, dann richtig nochmal den Perimeter. So Leute, nicht gut, nicht gut, nicht gut, das ist nicht gut, wenn ich jetzt sterbe, habe ich noch ein Leben, wo ich noch machen kann. Wow, man. Das schaffen wir immer noch. Immer doller drauf, dann haben wir ein gutes. Die Hälfte haben wir schon, wenn wir die Hälfte haben, haben wir schon gute Chancen. Und dann können wir die Hälfte haben. Das war's für heute. Boah, Leute, endlich haben wir diesen Kampf besiegt Endlich haben wir gegen den zweiten Wolf auch gekillt, das ist gut Golden nehmen Oh Mann, war das ein Fight Zum Glück haben wir dann endlich besiegt, Leute, das war das Wichtigste Dass wir dann einfach besiegt haben Gegenden zu killen, alle Das war jetzt wichtig, das Sieg war richtig wichtig im Spiel Man, oh nein, was für ein super Fight, Leute Der macht richtig Spaß auf mehr oder alleine So ein Kampf So Kämpfe auf 100%, wo so ein Messerschneider geht, sind die besten Kämpfe, finde ich Dann macht es eigentlich richtig Spaß, alles Das macht mehr Spaß mit dem Spiel Einfach richtig Vollruf auf 100% Oh, heute kommen Männer wieder, okay, leider nun Okay, die beiden Waffen sind komplett aufgelevelt So, Leute, jetzt haben wir unsere Rüstung und unsere Waffe komplett aufgelevelt Das heißt, wir sind ein Unliebend Und jetzt benutzt man nur noch unser, so allgemein noch Verstärkung Das heißt, Kämpfen, Kämpfen und Und noch mehr Kämpfen, das ist abnormal, immer die Kämpfe Und unser Tenko muss jetzt viel reißen, weil wir brauchen viel Money, viel Material, um weiterzukommen im nächsten Spiel Weil so ein Zimmer wirklich zu weit raus sind So, jetzt schauen wir mal, ob wir wieder ein paar Quest fertig haben Weil es war schon echt heftig, finde ich, die manche Quest hier lassen wir mal endlich nur fertig werden Oh, nee, man, noch nicht, Leute Sorry, Leute Warum mehr noch so viele? Oh, nee, das sind noch zwei Solo-Missionen Oh, nee Wow Wir müssen noch Oh, nee, das sind Solo-Missionen Oh, man, das nervt mich Solo-Missionen, das sind die nervigste, finde ich Wenn die Ich kenne allem, das ... Warum müssen wir jetzt meine Solo-Missionen machen? Das nervt mich jetzt so mäßig Solo-Missionen Lassen wir uns Solo-Missionen machen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, ha So, machen wir erstmal die Dinger mal am Arsch Dass sie nicht mal wiederkommen. Und mal holen, dass wir die Dinger wieder brauchen. Oh, Scheiben gleich darüber, was war denn das für ein Buch? Oh, haben wir ein bisschen heftige Kämpfe. Hoffentlich müssen wir die Solo-Missionen nicht machen, dass wir die Story fertig machen. Das wäre richtig nötig. Wenn die dann, das wäre dann richtig viel mit Metze, wo ich dann spielen müsste. Schauen wir mal. Wo ich ehrlich gesagt kaum Lust habe, dass die machen. So viele Metze noch Solo-Metze. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das ist die erste Töne-Rübe weil ich kämpfe, ich muss ja jetzt schon kämpfe wo wir mal dann die alleine kämpfe, weil wir müssen ja noch den könig auch noch was ja jetzt kämpfe ja, die schaffe mal dann Nimm mal den Ruf, Leute. Na, ich war doch draus, das nervt manchmal ein bisschen. Immer drauf mit Muff, wenn wir den wegkriegen. So, Mitz! Aber euer Peter, gimme ihm wieder. Tschüss, bis dann und pii.